Astra colada Astra Astra colada Astra colada Einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne gute Nacht. Egal, wo ihr gerade seid, ihr hört wieder Astrakulada, euer Lieblings-Podcast. Hier heute nicht mehr in der Astrastube, sondern wir kredenzen euch die Feingespräche in der Hebebühne. Hallo. Hallo, hallo Daniel. Hallo Hauke. Wie geht's dir? Ach, was frage ich eigentlich? Ich hab dich ja heute schon gesehen. Wir waren ja heute schon wieder in der Astrastube. Und das Schöne ist, ich saß in der Astrastube, hab ganz gemütlich an meiner Fritz-Cola genippt und dann sehe ich dich mit einem alten Mercedes-Kombi vor die Astrastube fahren, wutentbrannt und du kommst da halt rein. Nicht heute! Nicht heute! Ja, das ging auch nicht. Was ist denn da passiert? Wir sind mit Blinklicht und Warnlicht, also wir hatten alle Lichter an, die man anhaben kann, sind wir mit unserem, also Nils und ich mit dem Mercedes zur Astrastube gefahren und wollten dort parken, weil wir halt Sachen hatten aus dem Baumarkt. Und hinter uns, ich hab's schon im Rückspiel gesehen, waren zwei Mädels mit ihren Fahrrädern, die das von schon auf 50 Metern richtig scheiße fanden, dass wir dort unbedingt parken mussten und schon von hinten rum gepöbelt haben. Und die eine ist uns allen Ernstes mit ihrem Rad hinten in Nils Auto reingefahren, die hat das angebummst und haben sich dann immer noch aufgeregt, dass wir dort stehen und dann bin ich halt, meine Zündschnur war halt sehr kurz, also wirklich sehr kurz. Und dann hab ich sie halt sehr hart angegangen und auch noch um die Ecke herum hab ich sie noch angepöbelt, weil sie einfach dumm war, tut mir leid. Aus dem Auto heraus, mit heruntergelassener Hose, wollte ich gerade mit heruntergelassenen Hose. Hatte ich auch. Wut entbrannt, roter Kopf. Nicht heute! Aber warum denn nicht heute? Was ist dir denn gerade so über die Leber gelaufen? Ich meine, ich weiß es ja schon und das macht mich auch gerade sehr traurig, aber du bist ja dann ja in die Astrastube gekommen und hast gesagt, wir sind alle am Arsch. Ja, weil unser wunderbarer Kultursenator ein Interview gegeben hat mit dem NDR, glaube ich, oder war es der WDR? NDR oder WDR, ist ja eigentlich auch egal. Radio Hamburg. Radio Hamburg, genau. Und hat da ein bisschen was über die kulturelle Szene und die Entwicklung durch Corona gesagt und sagte dann halt, dass Konzerte mit einem Singer-Songwriter und bestuhlten Clubs mit 1,50 Meter Abstand erst stattfinden werden als verschwitzte Punkrock-Konzerte, wo 100 Leute kommen, wo gepogt wird. Und dass solche Konzerte erst dann stattfinden können, wenn ein Impfstoff gefunden wird. Und ich frage mich, ob der Typ mal einen Lappen am Zaun hat. Ob der Typ schon mal auf einem Punkrock-Konzert gewesen ist? Ob der Typ überhaupt schon mal auf irgendeinem Konzert gewesen ist? Ich war schon lange nicht mehr auf einem Konzert, wo gepogt worden ist. Ich auch nicht. Ich poke ja auch nicht mehr. Ich bin auch alt. Aber das hat mich dann halt sehr, sehr wütend gemacht auf jeden Fall, weil das so eine komplette Pauschalaussage ist. Also ich finde, sowas kann man nicht sagen. Man kann sich nicht hinstellen und sagen, das wird alles erst stattfinden, wenn wir einen Impfstoff gefunden haben. Weil so gesehen laut Herrn Drosten soll ja dieser Impfstoff frühestens erst Sommer 2021 am Start sein. Irgendwie sowas, genau. Irgendwas mit 21 auf jeden Fall. Und das ist ja noch nicht mal, das ist noch ein Jahr hin. Ja, genau. Wie soll das funktionieren, ohne dass seit eigentlich 80 Prozent der Clubs, die halt in der Stadt sind, ausstehen werden? Ja, es sind ja nicht nur die Clubs, es sind ja auch die Bands, die nicht auftreten dürfen. Es sind die Agenturen, die die Clubs, die Agenturen, die die Bands vermitteln. Es sind die ganzen kleinen Gewerke rundherum. So, das funktioniert einfach nicht. Das ist ein ganzer Wirtschaftszweig, der dann einfach mal komplett stillgelegt wird. Apropos Wirtschaftszweig. Apropos Wirtschaftszweig, apropos Veranstalter. Apropos Gäste. Du hast uns heute mal jemanden mitgebracht, gerade aus dieser Branche. Ihr habt schon einen kleinen 1860er genuggelt. Ja. Den durfte ich auch gerade. Den Korn. Das ist ein Korn, genau. Ja, das ist ein Korn. Auch in Emsland. Der wird hierher gebracht. Der wird von emsländischen Eltern, wird der hier importiert sozusagen. Mir wurde gerade gesagt, der wird in Sherryfässern gelagert. Und den darf man auf jeden Fall nicht mit Cola trinken. Man darf alles mit Cola trinken, sobald man es mit Korn zu tun hat. Da werde ich auch schon abgenickt. Daniel, stell ihn vor, endlich ist er hier. Wir haben alle drauf gewartet. Unser Gast heute ist Patrick Jansen, seines Zeichens. Er ist mal Toptyp, Freund von mir und Mitglied der Band Havarie hier aus Hamburg. Und er arbeitet bei der Carsten Janke. Konzertdirektion heißt es, ne? Konzertdirektion, in der Tat. So. Habe ich nämlich gelernt. Und den haben wir uns heute eingeladen, um einfach mal so ein bisschen zu fragen, was denn so eine kleine Punkrock-Band überhaupt macht. Ich nenne es einfach mal grob, grobschlechtig Punkrock-Band. Und jetzt nicht böse sein. Und vor allen Dingen haben Hauke und ich uns gefragt, also eigentlich habe ich mich gefragt, was du eigentlich bei Carsten Janke machst. Weil ich glaube nämlich, dass du nur vor deinem Laptop sitzt oder vor deinem Computer und einfach nur Facebook-Kommentare schreibst, was natürlich totaler Schwachsinn, also was du bestimmt machst, aber was natürlich bestimmt totaler Quatsch ist. Tatsächlich ist es ein bisschen dezidierter. Also gehen wir mal der Reihe nach vor. Bei Havarie stehe ich an der Gitarre und jetzt momentan von der aktuellen Situation sind wir halt nicht ganz so betroffen, weil wir uns eh schreiben, Album schreiben, auf die Fahne geschrieben haben. Und ich aber sehe, was andere Bands machen, die gerade in diesem schwierigen Loch sind zwischen sich den Arsch aufreißen und Sachen machen und karrieretechnisch irgendwie Rückschritte dafür in Kauf zu nehmen, um an seiner musikalischen Karriere zu arbeiten und die halt gerade total fein gelassen werden. Das sind halt Leute, die Minijobs, Aushilfsjobs haben, die in dieser Situation als erstes gekündigt wurden und aber musikalisch, kommerziell nicht so erfolgreich sind, dass das ihnen irgendwie den Lebensunterhalt rettet. Und das ist, glaube ich, für Bands in dieser Größenordnung gerade die größte Schwierigkeit und trifft sie wesentlich, wesentlich härter als die Kalschagandelas dieser Welt, die sich darüber beschwert haben, dass sie nicht mehr auftreten dürfen. Und man muss ja auch sehen, dass diese Art von Bands einen viel, viel größeren Anteil ausmacht in der deutschen Musikszene. Ja, und dass sie halt auch so gesehen eigentlich in der Vergangenheit so viel Geld verdient haben müssen, dass sie sich jetzt eigentlich erstmal keine Sorgen machen sollten. Kalschagandela. Ja. Geht aber natürlich nicht, wenn man sich regelmäßig einen neuen Sportwagen kauft. Vollkommen richtig. Für unsere Hörer. Wir wissen, um welche Größenordnung es sich handelt, aber erklär doch mal, welche Größenordnung meinst du dann? Meinst du dann, sprechen wir dann über die Provinz-Punk-Band, sprechen wir dann über die Größenordnung Alles vor Revolver hält? Über welche Größenordnung reden wir denn eigentlich? Es lässt sich aus der Distanz natürlich schwer sagen, aber eine Band, die zweimal im Jahr eine Tour spielt in acht oder zehn Städten und im Schnitt vielleicht 500 Leute ziehen, sind nicht in der Position, dass jeder aus dieser Band seinen Lebensunterhalt mit dieser Band verdienen kann. Weil so hoch sind die Margen da einfach nicht. Wir reden dann, glaube ich, über eine Band, die im Frühjahr tourt, die im Winter tourt, mit scheinbar mehr als zwölf Tourdaten plus ein Festivalsommer von ungefähr 20 Festivals hat. Kann man das so sagen? Ja. Das trifft relativ viele. Mich zum Beispiel. Ja. Das trifft dich, das trifft, weiß ich nicht, das trifft Heißkalt, das trifft Herrenmagazin. Die Liste ist ja endlos. Ja. So. Also auch viele Bands, von denen man vielleicht von außen denkt, so wow, die spielen auf dem Hurricane und beim Rock am Ringen, so und die haben es ja geschafft und es sind Rockstars, aber also die traurige Gewissheit ist ja, dass der Musiker, der ausführenden Musiker auf der Bühne derjenige ist, der am Ende der Wertschöpfungskette steht und eben das bekommt, was dann noch übrig bleibt, wenn andere Gewerke eben da auch ihren berechtigten Anteil daran abgezogen haben und das macht es für diese Musiker besonders schwer. Und du bist ja eigentlich auch doppelt und dreifach gefickt, weil du hast ja gerade eben schon gesagt, du legst dich für die musikalische Karriere, legst du deine eigene Karriere auf Eis, zum Großteil haben die Leute halt Jobs in der Veranstaltung, in der Gastronomie, können jetzt gerade nicht mehr arbeiten, können aber auch nicht mehr Musik machen und haben das Problem, dass die GEMA-Gebühren, die sie ja normalerweise dann quartalsmäßig beziehungsweise halbjährlich im nächsten Jahr bekommen hätten für dieses Jahr, dann ja auch nicht ausgezahlt werden, das heißt halt einfach, du bist ja auch als Musiker dann 2021 dann immer noch gefickt, weil darauf, dass du dich sonst verlassen konntest, dass ja vielleicht mal so drei, vier, fünf tausend Euro noch durch die GEMA mit reinkommen und dich durch das Sommerloch bringen, die hast du dann halt 2021 halt auch nicht mehr. Nö. Ja. Scheiße, das wird mir jetzt gerade alles bewusst. Ja. Sehr langfristige und tiefe Einschnitte, die da so manche Leute hinnehmen müssen, definitiv. Wie macht ihr das denn bei Carsten Janke gerade? Wir hatten ja schon Leute aus der Booking-Szene und klar, das sind halt gerade Konzerte, die für 20 gebuckt werden, verschoben werden. Wie geht ihr jetzt gerade mit dieser Situation um außerhalb der Verlegung der angelegten Konzerte? Wir haben auch aus Beschäftigung, weil mit Verlegungstermine, Festzurren kann man sich keinen Tagesablauf füllen, haben wir auch ein kleines, karitatives Spendenprojekt eingerichtet. Wir veranstalten in einer Halle vollwertige Konzerte, die per Stream ins Internet übertragen werden unter den Namen Caratunes. Da finden jede Woche drei bis vier Konzerte statt, was halt eben mehr ist als Sänger der Band XY setzt sich zu Hause vor die Webcam und trällert eine tolle Akustikversion seiner letzten Single, was auch total schön sein kann und seinen Charme haben kann. Wir haben gedacht, wir machen das eine Nummer größer und es gibt eben eine volle Bühne mit Licht und Sound und allem Zip und Zap und es sieht aus wie auf einer richtigen Clubbühne, nur dass es eben in einer Halle ist mit dem nötigen Mindestabstand und minimalsten Personalaufwand und das Ganze so ins Internet gestellt wird. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal eine kleine Pause, weil ich merke gerade, wir sind gerade so andächtig, wir waren vorher so quatschig, bevor es losgegangen ist und auf einmal hat sich das zu so einem sehr ernsten Gespräch entwickelt. Das ist ja auch total in Ordnung, aber ich glaube, wir sollten nach der Pause ... Hauke, wir will Spaß haben. Ich brauche ein bisschen Spaß halt gerade. Ich wurde von dir heute schon angebrüllt. Ja, dann trinken wir noch ein Körnchen. Dann trinken wir jetzt noch ein Körnchen. Ja, trinken wir noch ein Körnchen, genau. Trinken wir noch ein Körnchen. Wenn du möchtest, darfst du dir einen Song auf unsere wunderbare Playlist draufpacken. Sehr gerne. Ich wünsche mir von Joji den Song Run. Weil ein episches Gitarrensolo drin vorkommt und der Song mich die letzten Tage ziemlich abholt. Und ja, den hören wir uns an. Und ich wünsche mir von Audio 88 und Yassin Schellen, weil das ... Deine Stimmung heute ist. Weil das gerade mal eine Stimmung ist und irgendwie gefühlt 60 Prozent der deutschen Bevölkerung eine Schelle verdient haben. Genau. Und dazu passt ja der nächste Song und zwar Release a Beast. von Breakwater. Falls jemand von Dashbank Robot Rock kennt und dieses knallige Gitarrensample, der Song ist von Breakwater. So, dann hören wir jetzt mal kurz die Cindy, die heute nicht Geschichten aus der Astrastube erzählt, sondern ... Rezessionen. Die besten Rezessionen über die Astrastube. Ganz, ganz, ganz großes Kino. Also, bis gleich. Bis gleich. Das Twitter-Gewitter mit Cindy aus der Astra. Auch mit Wohlwollendem ist halt eine Kultkneipe, ist die Schäbigkeit dieses Veranstaltungsortes nicht zu rechtfertigen. Es tut mir wirklich leid für die Musiker, die hier auftreten. Die Kneipe selber ist ungepflegt, die sanitären Einrichtungen widerwärtig. Obwohl der Laden so klein ist und keine Abzugsanlage hat, wird dort geraucht und es stinkt. Die Theke wirkt absolut unhygienisch. Getränke sollte man wohl besser ausschließlich aus Flaschen konsumieren. Da habe ich ja wohl kaum korrekt gereinigt werden können. Das Personal war eine Katastrophe. Die Dame an der Abendkasse war unfreundlich und mehr als frech. Als wir uns gewundert haben, dass in dem Laden geraucht wird, wurde uns von ihr sofort nahegelegt, doch am besten gleich wieder zu gehen. Und man hätte sich ja vorher auf deren Homepage informieren können, dass es sich um eine Raucherkneipe handele. Naja, auf der Homepage steht davon nichts. Aufgrund von Lärmschutzregelungen musste der Laden die Livemusik offenbar schon um 23 Uhr beenden. Trotzdem hat das Konzert erst mit einer halben Stunde Verspätung angefangen. Offenbar hatte das Personal einfach keine Lust, rechtzeitig aufzumachen. Trotz der knappen Zeit haben die Veranstalter drei Bands für den Abend eingeplant, mit dem Ergebnis, dass die beiden Hauptbands des Abends kaum zum Zuge kamen. Fazit. Jeder, der eine längere Anreise für eine interessante Veranstaltung zu diesem Ort plant, sollte sich den Weg sparen. Im Zweifel sorgt die idiotische Veranstaltungsplanung sowieso dafür, dass man die Band, für die man anreist, kaum genießen kann. Dafür muss man sich von unmotiviertem Personal anraunzen lassen und auf Toilette sollte man besser auch nicht müssen. Die Selbstbeschreibung auf der Homepage ist einfach lächerlich. Aber verständlich, wenn die Homepage ehrlich wäre, würde wohl kaum jemand den Weg in dieses Loch antreten. Cha-cha-cha, wir sind wieder zurück. Und hier wurde gerade gesagt, man kennt sich, man kennt sich, die Boys kennen sich. 15 Jahre, Lingen, 15 Jahre kennt ihr euch aus Lingen. Lingo Meppen, ich Lingen, Patrick Meppen. Dorfbekanntschaft. Aber die Musik hat uns zusammengeführt. Also das Interesse an der Musik, beziehungsweise der einzige Ort damals, in dem man irgendeine Form von Subkultur genießen konnte. Das Jugend- und Kulturzentrum Altersschlachthof in Lingen. Das heißt, du bist aus Meppen rübergetingelt mit den Boys ins Auto, wir gucken, wer gefahren ist und dann seid ihr rübergefahren und dann gab es da halt... Konzerte. Konzerte. Ja, da gab es alles. Mein erstes Schlachthof-Konzert war, das muss Ketka gewesen sein, glaube ich, 2004 oder 2005. Also ich bin jetzt 30 Jahre alt, musste mit 15 Jahren, die ich war, ganz schön zu Hause kämpfen, dass ich abends auf ein Konzert in der Nachbarschaft gehen darf. Warum? Ja, ich war der erstgeborene, Eltern sind da immer noch so ein bisschen vorsichtig, dass ich da mitbekommen habe, wie meine Schwester aufgewachsen ist und was meine Schwester für Privilegien genoss. In ihrem Teenager-Alter war ich dann doch irgendwie neidisch. Bist du nicht von zu Hause abgehauen zwischendurch? Hast du nicht so eine Reaktion gemacht, so getan, als wenn du geschlafen hast und dann durchs Fenster abgehauen? Ne, das habe ich nie gebracht. Ich bin aber dann mit meinem letzten Schultag quasi im Jahre 2008, habe ich auch dann die Koffer gepackt und bin auch abgehauen. Nach Linden? Ne, ich bin nach Münster gezogen und habe meinen ersten Job in der Musikbranche angefangen. Was war dein erster Job in der Musikbranche? Ich habe 2008 bis 2009 bei Sparta Booking in Münster gearbeitet, die auch neben Booking das Management für die wunderbare Band Donuts gemacht haben. Ah, und Jupiter Jones waren da früher auch in Booking. Jupiter Jones waren da früher und dann Adula auch und so, ja. Die Killerpilze. Gute Zeiten das, Killerpilze, genau, ja. Hast du da schon selber Musik gemacht? Da habe ich auch schon selber Musik gemacht, ja. Also mit Mareike, mit der ich zusammen Musik mache bei Havari, halte ich schon so lange Instrumente, wie ich Instrumente halten kann. Also seitdem ich mir meine erste E-Gitarre gekauft habe, als ich 14 war und wir irgendwie angefangen haben, Green Day zu covern oder so, mache ich mit ihr zusammen Musik. Geil, und das hat so lange gehalten und sie ist auch wegen der Musik nach Hamburg gezogen. Oder ist Münster sozusagen der letzte Stopp vor Hamburg oder bist du da noch weitergezogen? Nee, das war ein einjähriger Stopp und sie ist 2007 schon nach Hamburg gezogen, deswegen war ich dann häufiger hier und habe sie besucht. Und wir haben halt gesagt, wir machen weiter zusammen Musik, komme was wolle und haben uns deswegen auch dazu entschlossen, dass wir halt alle nach Hamburg ziehen und dann hier weiter Musik gemacht haben. Dann hier und da Besetzungswechsel, neuer Name, bis es dann Havari war und auch bis heute immer noch ist. Aber das Geile ist, die erste Band, die die hatten, Salon Helga. Salon Helga? Ach dann, jetzt pack doch nicht die alten Geschichten raus. Ey, bester Bandname, ich falle den Bandname immer noch ab. Das klingt ein bisschen wie so ein Vintage-Porno-Name. Haben wir im Nachhinein erst rausgefunden, dass Salon Helga eine Comedy-Serie auf FM4 im österreichischen Radio ist, mit Stermann und Grissemann. Echt? Genau. Dass wir da nie in Teufels Küche gekommen sind. Meine Güte. Aber dieser Spagat zwischen Salon Helga, musikalisch und jetzt Havari, das ist schon kein Spagat mehr, das ist schon mehr dazwischen. Es sprengt sämtliches auf jeden Fall. Das ist wirklich krass. Salon Helga war so ein Schweinerock-Spaßprojekt, bis es dann wirklich zu sehr düsterem deutschen Post-Harkor gekommen ist. Richtig geil. Richtig gut. Okay, aber jetzt ist auch nicht geklärt, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Bei irgendeinem Konzert im Schlachthof. Ja, also welches das war, kann ich auch gar nicht mehr so genau rekonstruieren, weil es ist einfach zu lange her. Irgendwann hat man sich mal irgendwie kennengelernt, das war halt der Hütmann aus Link, der auch beim Abi-Festival involviert war. Und so, ja. So kennt man sich halt irgendwie. So kennt man sich halt. Wenn man sich dafür für eine Sache interessiert, dann kreuzen sich zwangsläufig die Wege. Es ist nicht wie in Hamburg, wo man sich aus dem Weg gehen kann. Das funktioniert bei uns im Emsland nicht. Da kann man sich nicht aus dem Weg gehen. Also die ganzen Deppen, also du hast die Deppen und die coolen Leute halt immer sehr nah beieinander. Das war schon immer so. Und ich glaube, mein erstes Konzert im Schlachthof war ... Du hast wahrscheinlich die Stones im Schlachthof gesehen. Ich habe die Stones. Nee, ich glaube tatsächlich, das war ... Blumenfeld, Tokotronic, 98. Es war wirklich Blumenfeld und Tokotronic. Es war wirklich, also es war auf jeden Fall Tokotronic. Ich bin mir nicht sicher, ob es Blumenfeld und Tokotronic war oder ob es E80 und Tokotronic war. Stimmt, es hing ein Plakat im Flur, im Schlachthof. E80, Tokotronic. Genau, und ich meine, dass es E80 und Tokotronic war, dass das mein allererstes Konzert war. Und da bin ich tatsächlich von zu Hause aus im Spuren ausgebüxt. Das weiß ich nicht. Das ist abgehauen, um zum Konzert zu gehen. Ja, da hat, ich muss überlegen, wer heißt Frank. Frank, ich sage jetzt den Nachnamen nicht, hat sich das Auto seiner Eltern geklaut. War der denn schon 18? Nein. Und dann sind wir mit, das war ein Golf, das weiß ich auch noch, und dann sind wir mit sechs Leuten in diesem Golf von dem Spuren an den Linken gefahren. Keine Ahnung, Führerschein. Ich glaube, alle waren besoffen. Und haben uns dann an Tokotronic ... Es war definitiv Tokotronic und E80. Und das haben wir uns dann angeguckt. Das weiß ich noch. Das war wunderbar. Wie man das im Emserland halt so macht, ne? Ja. Der Fahrer trinkt nur Bier. Genau, der Fahrer trinkt nur Bier. Das ist normal. Dass das so auf dem Dorf auch so ein Steinig-Ding ist unter den Jugendlichen, oder? Ja, total. Wenn du das halt sagst, weil bei euch war es halt der Schlachthof Ling und bei mir war es halt der Schlachthof Stade. Ja, ja. Auch eigentlich ein altes Gebäude, ein Jugendzentrum. War der Schlachthof auch ein Jugendzentrum bei euch? Ja. gemacht, weil er hat den Schlachthof in Ling halt auch so ein alter Metal-Dude gemacht, den aber alle irgendwie mit Vornamen nur kannten? Nein, den Schlachthof in Ling hat wirklich ein sehr cooler Dude gemacht, der seines Zeichens Stefan Epping heißt. Und der es wirklich geschafft hat, gute und qualitative Konzerte durch seine alten Kontakte in den Schlachthof zu bekommen. Also wenn ich richtig informiert bin, hat er ganz früher für die Intro mal geschrieben. Und hat dadurch natürlich wahnsinnig viele Leute kennengelernt und hat eine Programmqualität hingezaubert in diesen kleinen Laden, den ich heute, mit den Erfahrungen, den ich heute habe, niemals für möglich gehalten habe. Er hat sich immer wirklich Mühe gegeben, auch Bands abzugreifen für Fillershows zwischen Festivals und so Bands in diesen 600er-Club gestellt hat, von denen man es niemals für möglich gehalten hätte, dass sie so ein Venue spielen können, würden. Wo wir dann Bullet for My Valentine gemacht haben vor 600 Leuten, Bring Me The Horizon gemacht haben vor 600 Leuten. The Cougs. The Cougs. In Lingen. In Lingen. Der Wahnsinn, ne? Ey, Alter. Aber wenn es halt nur ein Typ ist, ne, der für irgendetwas brennt und der das halt auf dem Dorf macht. Und Stefan hat gebrannt. Wie geil ist das? Das passiert mich gerade auch wieder in Stade. Da gibt es ja das Müssen-Alle-Mit-Festival. Genau. Das Müssen-Alle-Mit-Festival. Und das ist von Tapete. Wer macht das von Tapete nochmal? Ich komme auf den Namen nicht. Oh, ich weiß es auch nicht. Ah, scheiße. Der hat aber auch jedenfalls damit angefangen, das Müssen-Alle-Mit-Festival und das Hanse-Song-Festival. Und da sind einfach so Hochkaräter in Stade, wie hier... Judo Fale Fairness. Genau. Was war das? Genau. Judo Fale Fairness. Aber auch Turbostart. Die halt dann auf Müssen-Alle-Mit- oder Kettka. Mia. Mia. Wo du dann einfach denkst, so ey, alles klar, aber es ist halt fucking Stade so. Und es ist so geil, dass es halt so die ein, zwei Leute gibt, die sich dann überlegen, so wenn sie in die 40er kommen, dann gehe ich halt mal so eine kleine City, ich habe keinen Bock mehr auf die Großstadt, aber ich nutze meine Kontakte nochmal, um hier was Geiles aufzubauen. Das kann ich mir auch später vorstellen. Das habe ich auch gerade überlegt, auf jeden Fall. Also wenn es mich irgendwann nochmal in diese Kleinstadt, in diese Region zurücktreibt, dann werde ich genau das machen und versuchen irgendwie den Musikinteressierten und Jugendlichen dort irgendwie ein kulturelles Programm zu bieten, was es für sie attraktiv macht. 1, 8, 7, OVO, 3, 6. Ja, sicher. Ja, klar. Wollen die doch auch. Finden die doch auch geil. Ich glaube, da hätte ich auch überhaupt keine Berührung. Wenn ich das vergleiche, was damals bei uns in unserer Region irgendwie los war, Lingen war so der kulturelle Hotspot, die hatten den Schlachthof, die hatten das Abi-Festival, so da hat halt was stattgefunden. Das Altstadtfest. In Meppen gab es nichts. In Meppen gab es wirklich nichts. Es hat sich 2005 so eine kleine Konzertgruppe zusammengefunden, die so Mini-Konzerte gemacht haben, wo auch einer meiner persönlichen Favoriten, Ashes of Pompeii, nach Meppen gekommen sind, die damals für mich Stars waren, weil eine Band aus Marburg ist nach Meppen gekommen. Die müssen wir auf jeden Fall verlinken. Definitiv. Definitiv. Haben die auch schon mal in der Astra-Stube gespielt? Die haben auch schon mal in der Astra-Stube gespielt. In der Astra-Stube. Das sind einfach geile Typen. Fantastische Band. Mittlerweile ist man sehr eng zusammengewachsen. Man nennt sich Freunde und das ist total schön. Und wenn man in die Vergangenheit reisen könnte und jemand, das meinem 15-, 16-Jährigen ich in Meppen erzählt hätte und gesagt hätte, du wirst eines Mal tages hier dicke sein mit den Jungs von Ashes of Pompeii, da hätte ich gesagt, Alter, spinnst du? Voll süß, oder? Was würde der 15-Jährige Patrick sagen, wenn er dich jetzt sehen würde? Das, was du machst, wie du Mucke machst, wie du arbeitest, wie dein Lifestyle ist? Ich glaube, ich würde es, glaube ich, umdrehen. Ich glaube, es gibt viele Dinge, die ich meinem 15-Jährigen gerne sagen würde, wenn ich die Möglichkeit hätte. Weil mit 15 ist man in einem Alter, wo vieles nicht einfach ist. Ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen, habe relativ früh gemerkt, dass ich in Anführungsstrichen am anderen Ufer fische, was Mitte der 2000er in einer 35.000-Einwohner-Stadt wirklich deprimierend sein kann. Wenn man das Gefühl hat, dass man der Einzige ist und selber den Mut irgendwie aufbringen muss, sich das einzugestehen. Und ich würde meinem 15-Jährigen Ich auf jeden Fall sagen, dass erst eine ziemliche Scheißzeit vor einem liegt und die schwierig für einen ist. Ich würde ihm aber auch sagen, dass alles sich zum Guten wendet. und mein 30-Jähriges Ich, dem 15-Jährigen Ich auf jeden Fall sagen würde, alles das, was du dir jetzt gerade so vorstellst, was in deinem Kopf vorgeht, das, was du von deinem Leben erwartest, das, was du erreichen möchtest, erfüllt sich eines Tages. Weil das ist so passiert. Das ist voll schön. Die Natur ist voll schön. Klar ist das voll schön. Ich kann das vollkommen abnehmen. Einer meiner besten Freunde. In einem 5000er-Dorf hat er die gleiche Situation. Und das war eigentlich für ihn die schwerste Zeit, diese zwei Jahre. Weil es sich da nicht geklärt hat. Und es hat sich erst geklärt, als er als Erster eigentlich in die Großstadt gezogen ist, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Gerade kommt natürlich auch darauf an, in was für einem Alter man ist. Aber als ich mich mit 15, 16 Jahren geoutet habe, man hat sich selber die Kraft irgendwie und den Mut, eingeredet, dass man das kann und dass man dazu stehen kann. Und das zeigt eigentlich von absoluter Reife. Aber die Leute, mit denen du Verkehr hast, mit denen du Kontakt hast, von Leuten aus der Schule, von denen du denkst, dass es deine Freunde sind, sind noch längst nicht so weit im Kopf gewesen. Und dementsprechende Reaktionen gab es halt auch. Na, oder das ist ja auch erst mal noch die Clique. Das ist diese, das kennst du auch dieses Clique. Man ist nicht befreundet, aber alle hängen bei voller Volksbank ab. Ja. Also ich kann halt nur sagen, die schwerste Zeit war für ihn eigentlich den Punkt des Selbermerkens zu dem Punkt, also dieser Verdrängungsmechanismus, der halt da war. Man merkt es, dass da irgendwas ist. Es herrscht ein Verdrängungsmodus und man geht halt noch mehr in den Angriff, ein bisschen Teil von der Clique zu sein. Und eigentlich gar nicht man selbst ist und man denkt, was ist denn los mit dir halt einfach? Von wo treibst du halt so. Gerade bei Partys, gerade wenn es dann zum Saufen geht. Und dann noch so extra, extra männlich einen drauf machen muss, um zu zeigen, hey Leute, guck mich mal an, egal. So, wo man dann einfach im Kern denkt, so ey, das ist doch jetzt gar nicht deins. Und dann erst dann wieder das zu finden im, naja. Also ich weiß noch, wir saßen mit mehreren Leuten in einem alten Schlachthof damals. Da haben, ich weiß nicht mehr, wie diese Tour hieß, mit Extreme und, wie hießen die ganzen Lingen da? Kack-Bands, Kellerband-Festival oder so, keine Ahnung. Mit ganz vielen Bands aus Lingen. Und da warst du auch mit Mareike, ihr wart aber als Gäste da. Und irgendwann kam Nico hoch, auch seinen Nachnamen sagen wir nicht, und sagte irgendwas in die Richtung, also man könnte wirklich glauben, wenn man es nicht besser wüsste, also dieser Patrick aus Meppen, der ist doch auch schwul, oder? Und wir saßen mit sechs, sieben Leuten am Tisch und wir wussten das natürlich. Für uns war es ja vollkommen normal. Und haben ihn halt so angeguckt, so, ja, ist er ja auch. Und er guckt uns halt mit, deine Augen wurden immer größer. Echt jetzt? Und so ein richtig ekliges Echt jetzt, so. Und ich weiß nicht mehr, ob es Stefan Epping war, der aufgestanden ist. Doch, ich meine zwar Stefan Epping. Und der ihm gesagt hat, wenn du noch ein Problem mit hast, kannst du dich verpissen. Und das fand ich sehr geil, weil der Bergzeit halt voll war von anderen Leuten. Und das war so, was will der denn jetzt? Wie, wie das ist für den nicht normal? Also in unserer kleinen Bubble, die wir damals ja schon hatten, in dieser, ich sag mal, Rock-Rap-Bubble so, war das ja vollkommen egal. Es hat ja kein Schwein interessiert. Zum Glück, es hat ja kein Schwein interessiert. Aber ich sag mal, bist du in Meppen und bist du auf dem Schützenfest und bestellst dir deine Flasche Cola-Korn, also deine Flasche Korn und Cola, ist es halt auf jeden Fall eine andere Nummer. Definitiv. Aber heute brauche ich halt, also abgesehen davon, dass ich kein Schützenfest mehr besuchen möchte, aber selbst heute, wenn ich ein Schützenfest besuchen würde und ich mit meinem Partner dort zugegen sein würde, kannst du ungefähr ... Zehn Minuten dauert das. Nicht mal. Ich würde sagen, zwei. Zwei. Bist du dementsprechende Kommentare an den Kopf geworfen bekommen hast. Das ist Fakt und das ist auch der Grund, warum ich Reis ausgenommen habe, weil ich auf sowas keine Lust habe. Könnt ihr euch noch an euer letztes Schützenfest erinnern? Ja. Heilige Scheiße. Die letzte Schützenfest-Geschichte. Ja. Du zuerst. Das war in einer Dunkernhalle in Emsbüren. Das war zu meiner, ich esse scharfe Baguettes-Zeit. Und wir saßen in einem Wald neben dieser Dunkernhalle und haben halt sehr viele scharfe Baguettes gegessen. Und bei mir war es dann etwas zu viel und ich habe mir dann meinen Pulli und mein T-Shirt ausgezogen. Es war halt Sommer, es war warm. Ich hatte also nur noch eine kurze Hose an, habe mir meine Schuhe ausgezogen, meine Socken und bin halt schreiend durch den Wald gerannt, weil ich gedacht habe... Das muss ein sehr scharfes Baguette gewesen sein. Das war ein sehr scharfes Baguette, weil ich gedacht habe, dass überall halt Polizisten sind, die nicht wollen, dass wir scharfe Baguettes essen. Und was ich gesehen habe im Nachhinein, waren einfach nur diese Lichter im Wald von diesem Schützenfest. Ich bin halt halbnackt durch diesen Wald gerannt und irgendwann hört der Wald halt auf und endet halt genau an diesem Schützenfest. Und ich bin dann einfach so, wie ich war, in dieses Schützenfest-Zelt reingerannt, meine Leute halt alle hinter mir her und ich habe irgendwas gerufen, ich weiß nicht mehr was und dann bin ich über Tische gesprungen, habe mich voll aus dem Maul gelegt, vor der Bühne, wo eine Band gespielt hat. Dann sind die Securities gekommen und haben mich dann hochgehoben. Das wollte ich aber nicht. Dann gab es eine Riesenschlägerei mit den Securities, mit meinen Leuten, mit irgendwelchen Bauern, die da halt standen. Dann ist wirklich die Polizei gekommen, weil halt eine Schlägerei war. Die haben mich dann mitgenommen und die haben mich dann aus dem Polizeirevier gebracht. Und mein Papa musste mich abholen. Das ist das letzte Schützenfest für dich gewesen. Nee, mein Papa ist reingekommen, das weiß ich noch, und hat gesagt, was hat er denn gemacht? Und dann hat unser Dorfbruder halt gesagt, ja, dies, da ist Ananas. Er ist halt irgendwie halbnackt ins Schützenfest-Zelt gelaufen und wir glauben, er hat halt Baguettes gegessen. Und mein Papa hat gesagt, ja, ist ja voll schön, darf ich ihn jetzt mitnehmen? Und dann haben die wohl gesagt so, ja, Papa, habe ich mich mitgenommen. Stress habe ich nicht bekommen. Aber das wird halt immer noch in Emsböhn erzählt. Weißt du noch, wo dieser eine halbnackte Typ damals in der dunklen Halle ins Schützenfest-Zelt gelaufen ist? Ja, das war wirklich mein letztes Schützenfest. Dein letztes Schützenfest? Mein letztes Schützenfest, boah, das muss 2004 oder so gewesen sein, im Nachbardorf, was an die Wohnsiedlung meiner Eltern angrenzt, gab es am 30. April immer so einen Tanz in den Mai. Das war aber auch das Schützenfest des Ortes gleichzeitig. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, 2004, das war noch die Zeit der Freisaufen-Partys, also Freisaufen gegen Festbeträge. Erinnert ihr euch noch? Vielleicht ist es auch so ein Emsland-Ding gewesen, aber auf 18. Geburtstagen oder 16. Geburtstagen oder auch bei solchen Mai-Feiern ist es halt so gewesen, dass man einen festen Betrag, man hat ein Ticket für einen festen Betrag, das waren, glaube ich, meistens so 15, 18 oder 20 Euro bezahlt hat und man konnte den ganzen Abend freisaufen. So, es ist so eine klassische Zeltfete gewesen, da sind irgendwie 1500 Leute in dem Zelt und alle Leute sind da mit dem Fahrrad hingefahren. Wir sind da natürlich auch hingefahren, weil da was los war, durften ja aber nicht in das Zelt, weil wir nicht 18 waren. So, das heißt, man hat sich davor getroffen mit seiner Clique und hat halt draußen da Alkohol getrunken und der Alkohol hatte auch irgendwann gewirkt und ich weiß nicht mehr viel. Ich weiß nur noch, dass ich nicht mehr imstande war, nach Hause zu fahren und auf dem Gepäckträger eines Freundes gefahren wurde und ich während der Fahrt meine Arme um ihn gelegt habe und während der Fahrt auf dem Gepäckträger auch eingeschlafen habe. Der hat mich dann sozusagen im Hauseingang meiner Eltern dann abgeladen und ist dann da wieder hingefahren. Das war meine letzte Schützenfest. Also eine auch der wenigen Schützenfesterfahrungen, die ich überhaupt habe, weil das war nie so mein Personenkreis. Ja, ich glaube, es war mal mein Personenkreis, weil ich komme halt richtig vom Dorf. Nach großen Würden, Neuland, Himmelforten, alles so Fünftausender, Dreitausender, Zweitausender Dörfer und da hing man halt einfach zusammen, weil die nächstgelegene Stadt war dann 20, 25 Kilometer entfernt und bei mir war es, glaube ich, auch mit 17 und dann hing halt auf dem Schützenfest, weil da eine Zeltfede war. Wenn da halt eine Zeltfede ist, dann fährst du da halt hin, dann geht man hin, dann seufzt man und das war für mich der Knackpunkt, wo ich dann auch keinen Bock mehr auf unsere Dorfgemeinschaft gehabt habe, weil die Jungs, mit denen man dann Fußball spielt, sind dann einfach ultra besoffen. Einer von deren Vätern wollte mir aufs Maul hauen, weil er meinte, ich hätte seine Frau angebaggert. Dann habe ich mich verzogen, hing dann in der Bushaltestelle, dann kam eine der sogenannten Dorfschönheiten, mit der habe ich mich dann kurz unterhalten und dann kamen mal drei Leute aus meinem Fußballverein, mit denen ich halt einfach dann sonst halt auch mal Fußball gespielt habe, wenn ich nicht auf Dicke war und dann waren die halt besoffen und in der Zeit war es halt gerade in, dass sich alle Leute die Haare blond gefärbt haben. Ich weiß nicht wieso, aber wasserstoffblond war dann einfach mal voll in. Und ich habe hatte wasserstoffblonde Haare, war sowieso anders, habe dann nicht Böse Onkels gehört, sondern Millencollen und Strung Out und hatte Skaterklamotten halt an und dann war ich halt die schwule Zecke. Und dann sind die drei Leute, haben mich halt angegangen, die wollten mich halt verprügeln. Der eine hat sein Feuerzeug gezogen und hat meine Haare angeguckt, weil ich halt ein paar längere Haare gehabt habe und dann bin ich halt ausgerastet und habe dann so einen Eins-gegen-Drei-Kampf in der Bushaltestelle gehabt. Typisch Dorf. Typisch Dorf, so. Und dann halt irgendwie, weil die halt sich halt gegenseitig, weil die so besoffen gewesen sind, sich gegenseitig halt auf den engen Raum halt auf die Fresse gehauen haben, hatte ich dann halt Glück, so bin ich halt davon gekommen. Aber dann dieses, du musst hier niemals wieder herkommen, das Dorf ist für dich gestrichen, du hast jetzt hier Neulandverbot, schützenfestverbot. Nein, ihr Ficker. Und ab dann einfach nur noch, nur noch AJZ und nur noch, in Stade hieß das Mülltonne. Geil. Klingt jetzt schon sympathisch. Ja, Mülltonne. Ich sage halt einfach nur, es gab Schwabbeldabbel, das heißt, Schwabbeldabbel heißt, bis 12 Uhr sind alle Getränke für einen halben Preis. Überall lagen weiße Schafsfälle herum und dort habe ich einfach Red Hot Chili Peppers, The Other Side. Ah, was ist denn das für ein Song? Cool. Und wer sind diese ganzen Bands, die hier laufen? Warum läuft hier kein Onkels? Es ist doch normalerweise laufen auch jetzt immer Onkels und danach die Toten Hosen und dann vielleicht nochmal Nena. Dann nochmal die Onkels und dann die Ärzte. Aber Haukel, lustig, dass du das sagst. Das erinnert mich gerade an den Gedanken oder an einen Moment, den ich im Molotow mal erlebt habe. Es war für mich auch so ein Schlüsselmoment. Gehörtet ihr auch damals, er, als ihr zur Schule gegangen seid, zu den uncoolen Kids? Gehörtet ihr zu den uncoolen Kids? Auf jeden Fall. Voll. Ich auch. Und es gab so einen Moment, es war so ein richtiger Kneipen-Weisheiten-Abend im Molotow im Keller an der Bar, saßen wir zu dritt oder zu viert. Mit auch so einigen umtriebigen Menschen aus der Musik- und Kulturbranche. Und da kam auch das Thema auf. So, wo kommt ihr her? Was habt ihr gemacht? Und dann waren wir auch relativ schnell bei, ja, ich war auch eher unbeliebt damals. Und alle so, ja, ich auch, ich auch. Und ich so, ja, aber guck mal, wo wir heute sind. So, wir sind an einem der absolut coolsten Clubs in Hamburg. Wir haben alle coole Jobs, irgendwie all das, was wir uns irgendwie mal vorgestellt haben, und was wir vielleicht mal unsere Arbeit nennen können, ist irgendwie wahr geworden. Und denkt mal jetzt über die Leute nach, die damals in der Schule die coolen Kids machen, äh, die coolen Kids in der Schule damals waren. So, und in meinem Fall ist es so, es war damals eine Person dort in meiner Klasse, die ist Steffen. Steffen war der obercoolste in der Klasse und er gehörte auf jeden Fall zu den coolsten Kids in der Klasse. ja, und Steffen hat heute den Hühnermastbetrieb von seinen Eltern übernommen, auch in der Nachbarstadt von Mämmen. Ja, finde ich nicht so cool. Er findet es vielleicht cool, vielleicht, man weiß es nicht, aber ich glaube, ich glaube eher, dass er das nicht cool findet. Ja, ist für mich, glaube ich, heute so der Stereotyp von einem, also wenn er glücklich damit ist, alles cool, schön, aber in meinem Kopf wird er gezeichnet, als er wird gezwungen, in den Familienbetrieb seines Vaters, heiratet viel zu früh irgendjemanden, setzt zwei Kinder in die Welt und ist mit 40 depressiv, weil er das alles nicht wollte. Ja, das ist in dem Spiel, wo ich hier komme. Und nicht den Mut gehabt hat, als er jung war, seinen Träumen nachzugehen und seiner anderen Stimme zu folgen. Vielleicht war das ja auch einfach nur Neid der anderen Kids, weil, Neid und Angst, weil da irgendjemand anderes sitzt, den man nicht einschätzen kann, der nicht in dem Moment zu einem gehört, weil man den nicht in eine Schublade hineinpackt, kann, einfach aus dem Bauch heraus. Noch eine kurze Anekdote, ich unterrichte, morgens Kinder, darf ich, bin da so fuck you, Goethe-mäßig reingekommen, weil viele Flüchtlingsprojekte gemacht, dann in Wandsbeck gelandet, dann haben die gesehen, oh cool, der kann ja wirklich mit den ganzen Sozial-Brennpunkt-Kids gut umgehen, so, denen geben wir mal mehr Klassen, jetzt habe ich acht Klassen und da sind halt auch, ich habe da so ein unglaublich begabtes Kind, der heißt Daniel. Sehr guter Name. Daniel, er ist eigentlich Daniel Frage, aber ich nenne ihn immer Daniel Fraget, weil er so französisch aussieht und ich meine, Daniel, du bist so ein Künstler, du müsstest eigentlich Fraget mit Nachnamen heißen und der macht unglaublich coolen Film-Stuff, nicht so TikTok-Scheiße, sondern er hat ein unglaublich gutes Händchen für Film, für Schnitt, für Dramatik und ist auch bei den Leuten um sich herum, er ist ein absoluter Einzelgänger, wird immer als weird angesehen und ist so künstlerisch und kulturell begab, dass du dich nicht mehr sagen musst, egal was die anderen Kids sagen, irgendwann bist du 20 Jahre älter und guckst zurück und denkst dir so, ey, ist alles so gelaufen, wie es halt erlaufen sollen, also man muss dann auch diese Kids dann halt bestärken, also ich hatte jemanden, der mich bestärkt hat, ich hatte einen Klassenlehrer in der 10. Klasse, der gesagt hat, ihr alle, da gab es halt wieder dieses Mobbing-Thema, weil du gesagt hast, wie ein unbeliebtes Kid, ich wurde halt oft gemobbt, einfach Schwuchtel, Zecke, Schwulette, Bauer, ja, kennst du, Bauer, ich komme aus vom landwirtschaftlichen Betrieb, aber nicht so wild, sondern Bauer, das hat mich damals einfach gekränkt und dann kam halt mein Lehrer, Herr Zentner, so ein Alt-Rocker-Typ und hat das dann mitbekommen und ist in die Klasse reingegangen, ihr alle werdet hier in Himmelforten verrotten, während der sein Ding in seinem Leben macht. Das weiß ich noch. Geil. Und da war so ein Mädel, die hat es halt immer, wirklich hart immer auf mich abgesehen, um mit mir einen reinzudrücken und du bist einfach nur das Toastbrot, was in der Ecke sitzt und irgendwann die Kinder austragen wird und hat so mit denen gesprochen, Alter, 16 Jahre alle gerade geworden und ich dachte, Respekt, jetzt bist du mein Freund, danke. Und das weiß ich noch, das weiß ich halt immer noch, dass es halt diesen einen Menschen gegeben hat, der älter gewesen ist und dem man das Gefühl hatte, geil, der sagt nur eine Sache und es gibt mir Support fürs ganze Leben. Habt ihr auch solche Leute gehabt? Leider nicht. Nee, ich auch nicht. Null. Nee, ich musste mir das leider selbst antrainieren so und irgendwie da durchstehen. Ich hätte mir das gewünscht, dass es jemanden gegeben hätte, der mir so den Rücken gestärkt hätte, aber ich glaube, durch das Kontra, was man bekommen hat, weil man eben so war, wie man war, habe ich daraus irgendwie Kraft geschöpft und das war, glaube ich, der Antrieb, der dafür gesorgt hat, dass ich jetzt da bin, wo ich bin und dass ich sagen kann, das, was ich mir mit 15 ausgedacht habe, was ich mal machen möchte, ist wahr geworden. Und ich leite jetzt nochmal ab, um zum Ende zu kommen. Wir haben heute wirklich ein ziemlich deepes Gespräch. Aber das ist voll gut. Ich finde es auch, es ist was ganz anderes, als was wir vor sonst so haben. Es ist total deep und ich finde es gerade voll schön, dass wir so in so eine Ernsthaftigkeit gerade hineinkommen, um nochmal wieder auf den Anfang zurückzugehen und das, wie du es heute so schön gesagt hast, nicht heute! Nicht heute mit mir! Wenn wir halt bedenken, dass alle Mucker und die Leute in der Veranstaltungsbranche, so Leute sind im größten Teil wie wir, die als Loser bezeichnet worden sind, die halt nicht die Helden gewesen sind, sondern die sich das erarbeiten mussten, kann man vielleicht auch sagen, vielleicht ist das auch der einzige Grund, warum ich dran glaube, dass diese Industrie nicht kaputt zu kriegen ist. Ich glaube, das wird einen großen Einschnitt geben und ich glaube, es wird sich was verändern. und das wird sich definitiv was verändern, aber weil ein Großteil dieser Leute das machen, weil das deren Leben ist. Das ist nicht nur ein Job, mit dem du deinen Lebensunterhalt verdienst, das ist mehr und das empfinden vielleicht auch andere Leute für ihre Arbeit, aber ich finde es besonders bezeichnend für die Kultur- und Musikbranche, dass halt Leute da dran sind, denen ist das egal, wie viel Geld sie damit verdienen, die haben nicht das Ziel, reich zu werden und mit 40 ein Eigenheim zu haben oder so, sondern die lieben halt Mucke, die lieben halt Live-Musik, die lieben Kultur und die werden alles dafür tun, dass sich das wieder in andere Richtungen entwickelt und wieder zum Leben erweckt wird, wenn wir durch diese ganze Scheiße irgendwie durchgegangen sind. Ja, das glaube ich auch, auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass das alles in Autokonzerte enden wird, weil das wäre der absolute Horror, weil da kriege ich totale Krise, aber es wird sich einen Weg finden, wie das alles weitergeht und wie man das am besten machen kann und wie das alles weiterlaufen wird. Irgendwie. Da kann man nur sagen, ihr Wichser da draußen, die uns damals gehänselt haben, wir stehen hier mit unserem Arsch, damit ihr euch irgendwann wieder gut unterhalten fühlt für 15 Euro im Docks. So ist es nämlich. Ihr Ficker. Die kriegen uns hier nicht klein. Wir sind die Ersten, die geschlossen haben, wir sind die Letzten, die wieder aufmachen, aber ihr kriegt uns nicht klein. Ja, irgendwie schön. Ja, das ist ja auch einfach so. Ich würde einfach sagen, hast du noch einen guten Musikwunsch? Ich glaube, um die Gesprächsthematik der letzten Minuten irgendwie passend in einem Song zusammenzufassen, wünsche ich mir Born This Way von Lady Gaga. Oh, das ist geil. Finde ich auch geil. Ja, das finde ich gut. Hauke, hast du noch einen? Ja, ich habe total vergessen, dass es 2020 ist und dass auch Men's Zeit 2020 auch noch ein Album veröffentlicht. Ich habe total, ich habe heute erst erfahren, dass die Black Lips ein neues Album rausgebracht haben, was ich ganz großartig finde. Es gibt ein neues Black Lips Album und ich wünsche mir den ersten Song und zwar Hooker John. Okay, sehr gut. Dann wünsche ich mir von Paul Simon You Can Call Me Al. Ah, schön. Also, ich fand es wirklich schön heute, dass wir so einen guten, deepen Talk gehabt haben. Danke euch für die Einladung, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön, dass du hier warst, auf jeden Fall. Im besten Falle hören wir gleich noch Mareike vom Harabari, die die letzten Worte sagt. Müsste ich dich gleich nochmal fragen, ob das funktioniert, ob du dir nochmal Bescheid sagen kannst. Oder wir schicken Mareike einfach eine Sprachnachricht. Hallo Mareike. Tu uns doch mal bitte einen Gefallen. Letzte Worte. Trotzdem, also, vielen Dank, Paddy, dass du hier warst. Sehr gern. Daniel, wir sehen uns nächste Woche. Hauke, wir sehen uns nächste Woche wieder. Oder morgen im Lager. Oder morgen im Lager. So, tschüss. 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 Hauke, wieso darf man nicht nur immer Sachen machen, die einen Spaß machen? Gute Frage. Also, ganz genau genommen könntest du schon immer nur Dinge machen, die dir Spaß machen, aber du musst mit den Konsequenzen klarkommen. Ich glaube, es gibt viele Erklärungen, wie man daran gehen kann. Mir persönlich ist vor allem eins wichtig. und zwar ist es ein ganz großes Privileg, sich aussuchen zu können, womit man seine Zeit verbringt. Und ein noch viel größeres Privileg ist es, seine Zeit vor allem in Dinge zu investieren, die einem Spaß machen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir, die dieses Privileg haben, auch uns dazu entscheiden, manchmal Dinge zu tun, die uns keinen Spaß machen, aber dafür, dass jemand anders diese Dinge dann nicht machen muss, der sich das nicht so viel aussuchen kann. Zum Beispiel, wenn jemand gemeine Sachen über jemanden sagt, könntest du für ihn eintreten. Das macht bestimmt keinen Spaß, ist aber gut, weil dann muss dieser Mensch vielleicht nicht unbedingt immer für sich selber eintreten. Das ist nämlich auf eine ganz andere Art anstrengend, für sich selber einzutreten oder für andere. Und deswegen glaube ich, ist das ganz gut und macht eine viel bessere Gesellschaft aus uns allen, wenn wir auch einfach mal Dinge machen, die uns nicht so viel Spaß machen. Moin Jungs, ich finde das nicht so gut, dass ihr die ganze Zeit übers Schützenfest ablabert, meine schönsten Erinnerungen waren damals mit dem jungen Schützenkönig hinter der Pommesbude und dann gibt ihm richtig alle. Ja, ansonsten, der Typ von Tapete, das ist der Sebastian Tim und ich fand heute auch, das war eine sehr ergreifende und herzzerreißende Sendung. Aber das mit dem Korn trinken, dabei verstehe ich ja fast gar nichts mehr am Ende.